Liebe Freundinnen und Freunde und Förderer von HelpAge, hiermit lade ich Sie herzlich zum großen Simon & Garfunkel-Tribute-Konzert ein. Das Gesangs-Duo wird unterstützt von der Biharmonie Leipzig. Er findet am 3. Mai in der Osnabrück-Halle statt. Und dazu möchte ich Sie alle sehr herzlich einladen. Es ist für einen guten Zweck für die Hilfsorganisation HelpAge. Auch meine Schauspielerkolleginnen Hannelore Hooger und Barbara Auer, sowie Henning Scherf und Thorsten Schröder von der Tagesschau werden dabei sein. Ich freue mich sehr darauf, die großartige Arbeit von HelpAge unterstützen zu dürfen. Und wir freuen uns auf diesen tollen Abend. Und wir freuen uns besonders darauf, dass Sie dabei sind.